Musik Musik Ach man, ich habe aber so viele Milchspiele hier. Was soll ich überhaupt nicht spielen? Na ja, Jennifer kann sich alles gut merken und so mit der Technik. Ich könnte mal Jennifer fragen. Ja, Jennifer, hörst du mich? Hm, keine Antwort. Wo ist sie denn? Jennifer ist weg. Oh nein, meine arme Jennifer, wo bist du? Jennifer! Mann, Schacko, wieso bist du denn so laut? Ich will mal Ruhe Badewanne genießen. Jennifer ist abgehauen. Einfach so. Was? Einfach so? Ja, genau. Oh mein Gott. Deswegen müssen sie jetzt finden. Schnell, komm mit. Ja, ich komme. Okay, let's go. Aber warte mal, wir müssen zuerst noch den Pastendo schreiben. Ja, genau. Hast du seine Nummer? Ja, ich habe seine Nummer. Ja, genau. Da. Pastendo, wirst du uns... Suche nach Jennifer suchen. Er hat geschrieben, ja! Hä? Was habe ich denn da gehört? Ist Jennifer einfach abgehauen? Ne, warte mal. Ich komme mal ganz kurz mal mit. Ich konnte mal frau mich mitkommen. Äh, Schacko, bist du das richtig gehört? Jennifer ist einfach abgehauen. Ja, genau, Opa. Jennifer ist einfach abgehauen. Ja, richtig so. Ja, willst du ruhig uns mithelfen? Ja, gerne. Ja, okay, okay. Okay. Ich schreibe noch. Kann Opa mitkommen? Er hat geschrieben, ja! Oh, super. Dann können wir schon mal loslegen, oder? Mit dieser Suche nach Jennifer. Ja, Moment, warte. Noch den Computer noch herunterfahren und... So, ich packe noch den Letterpin und dann geht es schon los. Ja, ja, okay. So, jetzt hier noch meinen Rucksack sehen, weil wir essen oder was zu trinken. Und, so, hab's gemacht. Dann will ich mal sagen, es geht los, Leute. Los, geht los, die Ruhe. Es geht los, wir suchen nach Jennifer. Los geht's. Hi, Leute, hier ist der Pastendo. Und ja, Leute, ich habe eine SMS bekommen von Chaco, dass ihre Schwester Jennifer verschwunden ist. Und ja, Leute, ich finde es auch so traurig. Ich weiß auch nicht, warum, dass Jennifer einfach abgehauen ist. Das weiß man nie. Aber Chaco und Robo und sein Opa kommen mit. Denn wir suchen jetzt ihre Schwester Jennifer. Das machen wir jetzt auch. Und ich melde mich gleich wieder. Bis gleich. Yo, Leute, was geht? Ja, ich bin... Ich bin wieder da. Und zwar, Leute, wir sind jetzt hier draußen. Ja, Leute, ich vermisse immer noch Jennifer. Aber Jennifer ist leider abgehauen. Und wir suchen die jetzt mal. Ich bin jetzt gespannt. Und hoffentlich, wir finden die wieder. Kommt, Leute, wir müssen da lang. Schnell, vielleicht ist da Jennifer da drüben. Ah, ich kann nicht mehr, Chaco. Meine Beine tun schon weh. Hoi, leise, Robo. Jo, meine Beine tun auch schon weh. Achso, ich habe noch einen Stock. Ja, wir müssen weiter darüber. Oha, wie weit schon wir noch denken, Chaco. Naja, so weit wie es möglich, Opa. So weit, wie immer. Ach, Mann, ich hätte lieber Schipf weiter essen sollen. Mann, ich habe hier nur noch Hunger auf McDonalds. Ja, kannst du mich später verkneifen. Und wir müssen jetzt darüber jetzt gehen. Alter, wie müssen wir lange noch laufen, Chaco? Immer weiter, ach, Mann. Ja, aber warte mal. Ja, hä, Leute, wo sind wir? Ich kenne mich nicht so aus. Ja, das wird auch für deine Entscheidung. Mensch, ey. Ja, wir sind irgendwo in einer riesengroßen Weltsuche. Ich glaube, Jennifer ist vielleicht hier in diesem Gebüsch, oder, Chaco? Zeig mal. Ja, das kann vielleicht sein. Da können wir gerne ruhig dahin gehen. Ja, ist okay. Dann können wir gerne ruhig hingehen. Let's go. Opa, du kommst mit, ja? Ja, wie immer. Okay, let's go. Alter, ich habe so viel. Es juckt alles. Ja, es juckt alles. Wir müssen weg. Ja, genau. Oh, es kratzt hier. Schau. Mann. Oh, mein Gott. Ja, bei mir kratzt es auch. Ja, bei mir auch. Oh, so viele Zecken, glaube ich. Oh. Wir gehen jetzt nie wieder dahin. Wir müssen schnell raus. Schnell. Schnell. Okay. Wir sind wieder draußen. Oh, mein Gott. Ja, was war das? Da waren so viele, glaube ich, Feuerkäfer. Was? Ich bin Feuerkäfer allergisch? Aber warte mal. Wo ist der Pastendo? Pastendo? Mann, wo sind Chaco und Robo und Opa? Ach, da. Ihr seid hier. Ja. Okay, Leute, ich habe sie gefunden. Aber Jennifer. Naja. Ich glaube, Jennifer ist jetzt für immer verschwunden. Aber ich kann die auch unnögendwo nicht hier zu sehen. Ja. Wirklich nicht. Ich habe sie überall gesucht. Na, ich glaube, Robo, Chaco und Opa. Haben bestimmt auch Jennifer gesucht. Ich glaube, in diesen Wald hier. Da, genau in diesen Wald. Und ich denke, die sind bestimmt nicht dort unten. Oder? Nein, Pastendo. Jennifer ist nicht in diesem Wald. Stimmt's, Opa? Ja, genau, Kinder. Und jetzt gehen wir da hin, okay? Okay. 3, 2, 1, let's go. So, irgendwo muss sie doch hier geblieben sein. Das denke ich mir auch. Hä? Aber ich sehe sie nicht, Opa. Du hast uns angelogen. Das stimmt noch gar nicht. Doch. Leute, nicht so streiten. Jetzt gehen wir da hin. Let's go. Okay. Ja. So, Jennifer muss auch hier so irgendwo sein, weil sie ist bestimmt in diese riesengroße Welt. Ja, ich glaube schon. Oder? Nee. Kinder, wo ist jetzt Jennifer? Wir gehen uns noch nicht riesengroßig rundherum. Ja, Opa, still mal. Wir müssen sie doch überall bei heute suchen. Ja, müssen wir. Okay. Endlich mal abhauen von Jaco. Dieser blöder kleiner Bruder hat mich fast schon umgebracht. Hihi, ich verarsche ihn. Nein, ich glaube, wir müssen da hin. Ich glaube, sie ist da drüben, oder? Ja, aber meine Beine tun schon weh. Mann, Jaco, wieso sind wir weit so weg? Hä? Sind wir doch nicht so weit weg, Opa. Da muss ich echt nochmal Jaco zugegeben. Jetzt schimmert deine Base, Opa. Okay. Ich sehe meine Base. Okay. Wir suchen jetzt weiter, okay? Ja. Und niemand streiten. Okay, machen wir. Okay. So, weiter weg abhauen. Aber ich weiß, wo die sind. Ich möchte, dass sie zu mir nicht so verfolgen. Ja, genau. Mann, warum habe ich überhaupt nicht so einen Bruder gewünscht? Mann, der ist so arzösal. Mann, der ist echt schon so behindert. Könnte mich echt hier so vorstellen. Aber halt, ich habe eine Idee, wo ich jetzt hingehe. Ich buche mir jetzt ein Ticket und fliege jetzt nach New York City. Das ist sehr gut. Ja, englisch. Okay, Leute. Wir haben überall Jennifer gesucht. Man sieht sogar Jennifer nicht. Das heißt, Jennifer ist jetzt tot oder die ist jetzt irgendwo woanders. Ich glaube, Deutschland ist schon rausgezogen. Leider die Arme. Hm. Kommt, Leute. Wir haben so gar keine Chance, Jennifer zu finden. Ich glaube, sie ist wirklich abgehauen. Ja, sie ist wirklich abgehauen. Ich glaube, wir gehen jetzt nach Hause, ihr liebe Kinder. Ja, Pastendo hat uns gehört. Wir gehen jetzt nach Hause. Komm jetzt mit Pastendo. Okay, Leute. Chaco hat jetzt gesagt, jetzt gehen wir nach Hause. Wir finden auch nicht Jennifer. Sie ist auch nicht da. Okay, das heißt jetzt nach Hause. Let's go. Ja, und dann melden wir uns gleich schon wieder. Die Arme Jennifer. Yo, Leute. Ich bin's wieder. Was geht? Ja, und immer noch so keine Spur von Jennifer. Ich weiß auch nicht, warum. Und ja, Chaco und Robo und der Opa sind jetzt auch nach Hause gegangen. Ja, aber schade, wenn Jennifer einfach weggegangen ist. Ich weiß auch nicht, warum. Naja, ist halt so. Sie hat doch den Pesch jetzt. Und ja, das wirklich ihren Pesch. Ach, Mann, Leute. Wir haben einfach Jennifer so aufgegeben. Sie war doch woanders. Ja, sie war wirklich woanders. Mom, wo ist sie denn? Ich hab mal gehört. Sie ist, glaube ich, jetzt hungen hingeflogen. Meinst du ich? Nee, ich glaub nicht. Die ist, glaube ich, woanders. Hä? Was hab ich da gehört? Jennifer ist einfach jetzt tot. Hä, was? Hab ich das jetzt richtig gehört? Jennifer ist jetzt einfach jetzt tot für immer? Ey, ihr kleine Kinder. Was habt ihr getan? Chaco, wieso hast du sie getötet? Warum? Nein, sie war einfach noch so abgehauen, Mama. Sie wollte vielleicht uns nicht. Was? Jennifer ist einfach von uns abgehauen? Ja, Mama. Was? Das willst du eigentlich doch niemals machen. Und Opa, du was? Mit auf das Suche nach Jennifer? Ja, genau. Und keine Spur, Leute. Tut mir leid. Diana. Oh, no. Oh, no. Mann, meine arme Kinder. Wo ist meine kleine Süße? Mal aus. Mama, jetzt heu doch jetzt nicht rum. Ist doch jetzt egal, wo jetzt die Lava ist. Nein! So. Geil, ich bin immer noch so abgehauen. So, wir müssen weiter noch so hier lang. Ich habe jetzt auch sehr ein schlechtes Gewissen. Naja, ich gehe doch nach Hause. Das war jetzt Spaß, nach New York City zu fliegen. Mama, helf ruhig rumzuheuen. Ich glaube, sie kommt nicht wieder. So, hä? Was soll ich für ein Heuen? Hallo, Papa. Oh. Hi, Jennifer. Was machst du denn hier? Ich suche eigentlich nur meine Mutter. Die ist im Schlafzimmer. Achso. Danke, bitte. Ah, da ist sie. Und hä, wieso heuert sie denn? Äh, 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 ganz ruhig. Ganz ruhig, Jennifer. Ist leider gestorben. Hä? Wer ist gestorben? Bin ich jetzt tot oder bin ich noch leben? Ah, Jennifer, da bist du. Ja, da bist du. Komm her. Ja, ich habe dich um schon Sorgen gemacht. Los. Oh. Bin ich froh, dass ihr wieder da seid. Danke, bitte. Und jetzt müssen wir schnell, passt, hätte ich denn noch anrufen, dass Jennifer wieder da ist. So. Jetzt schnell noch meinen Laptop mitnehmen. Genau. Chaco, was machst du? Ich mache jetzt einen Videoanruf von Pastendo. Warte, hier steht noch Anruf. Es klingelt. Und es geht los. Viel Spaß. Hä? Ja? Hi, Pastel. Wie ist denn sie von mir fand? Du willst schon? Wir haben Jennifer wieder gefunden. Oha, ihr habt Jennifer gesehen? Ja, wir haben Jennifer gesehen und wir haben sie wieder gefunden. Ey, krass. Ja, wirklich krass. Und hier ist Jennifer. Oh, schön. Ja. Oh, Alter. Das freut mich, wenn ihr Jennifer schon gesucht habt. Ja, sie ist eigentlich wieder bei uns. Oh, wirklich. Ich bin so stolz auf euch. Danke, Pastendo. Ja. Ja, und Jennifer wollte eigentlich zu New York. Hier ist Jennifer. Hallo, Pastendo. Hi, Jennifer. Hi, wie geht's dir? Sie wollte nach New York City fliegen, Pastendo. Ja, ich verstehe es. Oh, mein Gott. Jennifer ist mal wirklich nicht abgehauen. Nein, sie ist wirklich nicht abgehauen. Und nochmal, sie war nochmal in New York City. Ah, sie wollte nach New York City? Ja, genau. Ach so. Deswegen ist sie abgehauen, oder was? Genau, so ist es. Ach, Mann. Dann hätte sie doch gleich doch Bescheid geben. Ja, genau. Aber Jennifer hasst das immer, zuerst Bescheid zu geben. Na gut. Dann leg ich auf, ja? Ja, war schön mit dir. Telefonieren, Pastendo. Bis dann. Mach's gut. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, Leute. Jennifer ist zurück. Die wollte ja nach New York City, aber sie ist jetzt wieder bei Familie Fun. Ja, Leute. Ich glaube, es hat euch diesen Video gefallen. Dann lasst bitte ein Like da und kommentieren. Achso, nee. Nochmal. Ein Like da und ein Abo da, wenn euch dieses Video gefällt. Dann würde ich sagen, Tschüss. Hü. 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 Vielen Dank.